Ich brauche ja für der Ingenieur einen guten Gier. So, 3 Engels benötigen also 6 und 4, 6 x 4 sind 24. Ah, vielleicht hat er noch ein siebtes, egal. Das heißt, ich brauche 3 Kolben. So. Redstone Engines, eine Pumpe. Einschalter. War die da drin? Ja, die Redstone Wires. Moment, bevor ich... Ich werde erstmal überhaupt den Weg darunter bauen. Bevor ich jetzt irgendwie auf die Idee komme. Hey, ich könnte ja mal. Ähm, was ich auch basteln könnte. War das so, ne? Genau. Scaffold. Scaffolds sind ganz lustig, kann ich einfach mal kurz zeigen, bevor wir losgehen. Scaffolds sind eh nicht Leitern. Na, man kann aufeinander bauen. Na, aufeinander bauen habe ich gesagt. Es sind recht einfach wieder aufeinander zu bauen und man kann an ihn hochklettern. Wie an einer Leitung. Was man auch machen kann, links klicken unten, baut man den Scaffold von unten nach oben auf. Es ist ganz nützlich, wenn man dann von ganz unten steht und bis nach unten muss. Und was auch ganz nützlich ist, zack, alle weg. Und das werden wir uns jetzt nur zu machen, um hier unten nach Lava zu suchen. Ich wollte meine Schraube gemacht haben. Wenn ich gerade schon mal dabei bin, bin ich jetzt hoch. Steilspitzack. Ach, ganz ruhig. Ach, ganz ruhig. Oh, super, noch mehr Wasser. Und gut. Alles klar. In Ordnung. Was uns auf alle fälle erleuchtet Schmerz Okay, da unten ist Lava Das Problem ist jetzt Das ist doch wahrscheinlich nicht lebend unangenehm Das ist doch wahrscheinlich nicht lebendig Das ist doch wahrscheinlich nicht lebendig Super, ein Sourceblock Nicht das wonach ich suche, definitiv nicht Ist nämlich ratzfatz leer und das war's Gucken Nebeld Ploom Cave So Hmm Hmm Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 Das war jetzt weniger schön Das Problem ist, so weit weg darf es nicht sein Sonst bin ich hier Kilometerweit Aurora verlegen Hmm... Oh, wie man sieht, läuft auch hoch und sehr schön Oh, wie man sieht, wie man sieht, wie man sieht, wie man sieht Was haben wir denn hier noch so... Oh, wie man sieht, wie man sieht Oh, wie man sieht, wie man sieht, wie man sieht, wie man sieht Hier wäre ein riesiger Loversee gewesen Den hat das Wasser zunichte gemacht Verdammt normal... Das wird uns gar nicht gefallen... Tja, was mache ich denn jetzt... Tja, was mache ich denn jetzt... Ich habe natürlich jetzt auch keine Fackeln mit... Schweige denn Kohle... War eigentlich gerade noch Kohle... Da... So... Schau... Wer hätte gedacht, dass ich jemals nach dem Lavasee suchen würde... Und dann einmal... mal quer durch die Gegend... Äh... Rohre verlegen müssen... Ansteht da hinten irgendwas... In diesem großen Loch... So... 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 So...